einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu neuen angezockt wir wollen golf with your friends spielen gab es auch schon gestartet ich habe gerade eben versucht schon aufzunehmen aber weil mein kamera mein capture programm sich aktualisiert hat ich kann jetzt so ja mit kamera und hdr aufnehmen aber da ist die kamera total milchig kann man auch keinen antun jedenfalls das ist das erste mini golf wir zusammen anzocken werden und Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bisschen Ausschlag haben wir ja, das kann ja so umgehen. Wir spielen erstmal offline, nicht online. Bahn, Modus, klassisch, alt. Wald. Klassisch. Ach, danke. Ach du Scheiße, was ist das da alle? Wir machen mal leicht. Wir machen erstmal Wald. Modus, klassisch. Start. Ach du heilige Scheiße. Das ist das graphic. Stop. Und du bist, Stayşallah. Ciao, ciao. 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 Der war zu kräftig. Das war gut, will ich sagen. Das sieht doch gut aus. Das muss nur ein bisschen über die Höhe kommen und danach... Das ist ja eine Trophäe, eine goldene Soja. Wir gucken uns denn noch nach, ob's... Das ist ein bisschen straff. Ach, ein bisschen hätte er noch rollen können, oder? Ja. Da braucht man eigentlich gar nicht so stark machen. Das ist genau gerade zu. Ach, knapp! Ein bisschen weiter nach links, dann wäre er gleich mit dem ersten drin. Mist. Ah! Wenn du so weiter geht, dann könnte ich ja Dagon das nächste Mal schlagen bei Mini-Volf. Oh nein! Okay. Ah, da war ein bisschen mehr. Oh nein! Nicht rausrollen! Na gut. Drei ist zu viel. Also, keine Eifel jetzt, Mann. Drei. Was für ein scheiß Loch, ey. Ich versuche es einfach mal. Ups. Aha, ein bisschen mehr Schwung. Ich versuche es einfach mal. Ich versuche es einfach mal. Oh, 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 oh. Nein! Ach, Mann! Der drin! Nein! Oh nein! Ich wollte mich auf Arschen! Alter, ich wollte mich verarschen! Ist es doch nicht! Die wollen mich rollen, ey! Ach, scheiße Windmüll, ey! Ich weiß gar nicht, wie es danach aussieht! Oh! Ui! Das war aber reine Glückssache, so wie das! Oh! Oh, echt jetzt... Oh! 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 Du lachst, du lachst, du lachst, oder? Na komm! Oh. Oh! 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 Ja! Untertitelung. BR 2018 Uh-huh. Uh-huh. Und da habe ich jetzt nicht so logisch nachgedacht, dass man da auch übern muss. Oh, naja. Okay. Oh, ein paar mehr. Oh, ist doch nicht dein Ernst jetzt. Da hätte ich mir mehr zu trauen, dass es mehr mit Schmack ist. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh. Oh, naja. Oh. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Okay, ein bisschen abgefälscht wird es. Ah, dann hat er. Wollte mich verarschen. Dann könntest du mit ihm schaffen. Ach du heuliger Scheife. Nicht, 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 auch. Natürlich doch. Oh fuck. Baumfels. Wenn wir den Löffel abgeschlossen haben, machen wir die nächste Trophäe gleich. Ich brauche nicht, Baumfels. Neu F. Was ist ein F? Wir haben ja F freigeschalten. Was für ein F? Ah ja. Da hat unser Ball ein Gehirn. Aha. Okay. Jetzt haben wir einen Ball mitgehoben. Eishockey. Eishockey. Party. Wir machen jetzt nochmal Dunking. Nochmal die Bahn im Wald. Gut. Natürlich zieht das meine Hirn auch nach hinten. Sprung. Ich weiß jetzt schon. Verspringen. Weiter Kreis. Und bald zurück. Okay. 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 Und bald. Und bald wieder. Was für ein bescheuertes Scheiße ist das denn? Oh, leck mich. Nee, 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 nee. Aufgeben. Nee, nee, nee. Oh, ist okay und so weiter. Nee, dann bleib ich lieber beim Normalen. Also dann ging es scheiße. Unendlich Schläger. Jetzt haben wir Party. Mal gucken, was Party ist. Oh, wir finden hier was. Wenn du mit Meeren spielst, kannst du dann Holzleim oder irgendwas machen oder gemein leimen und dann sind die lahm. Das war Können. Das ist halt wie das normale Golf, aber ich bin hier nur alleine. Ach, das muss ich noch testen. Wusste ich doch, dass ich das hinkriege. Mit den Paketen, das ist eine gute Sichtlinie. Also wenn man da rufziert, dass man dann halt eine gute Flugbahn hat, sehe gerade. Vielleicht sollte man Party-Modus trotzdem mal durchspielen. Nein, da war ja das. Und vor allem im Party-Modus, da sehen wir nämlich auch, wie weit wir geschlagen haben. Also wie weit unsere Schlagkraft beim letzten Schlag war. Das finde ich sehr gut. Das war so weit. Ja, war zu weit? Auch zu weit? Kann man auch mit einem Schlag einlochen. Irgendwann schaffe ich es vielleicht die ganze Waldbahn nur mit einem Mal zu machen. Nein, die ganze Waldbahn geht nicht. Das schaffe ich nicht. Nein! Wir waren gut. Aufgeben. Also den normalen Minigolf-Part würde ich schon sagen, das macht Spaß. Mit Party, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich alleine bin. Aber mit mehreren Leuten macht das bestimmt auch Spaß. Geht ja offline online. Aber online will ich das jetzt nicht unbedingt spielen. Ich weiß nicht, wer denn da ist und nicht, dass dann da irgendwelche Geräusche sind oder irgendwelche Musik vielleicht im Hintergrund läuft bei denjenigen. Ihr wisst ja, wie das ist. Die meisten machen ihr Headset halt nicht aus. Das kann ich empfehlen. Macht Spaß. Finde ich es ja so ein bisschen cooler als normales Golf. Also wenn jetzt zum Beispiel Wochenende ein bisschen Spaß. So ein bisschen wie auf der Switch. Für die Mini-Spieler so. Sehr gut. Davon müsste Sony echt mehr machen. Und vielleicht so einen Mario-Party-Ableger. Wenn sie den mit Figuren von Playstation machen würden. Mit Mini-Spielen. Vor allen Dingen auch mit Kratos. Wenn du überlegst mal, du machst mit Kratos. Was weiß ich. Eine Schneeball-Welt werfen auf eine Zielscheibe. Oder was weiß ich. Kommt auch cool. Oder mit verniedlichten Figuren von Kratos. Sackboy. Man hat verschiedene Sackboys und da macht man sich Kratos draus. Oder man kann sich eine, was weiß ich machen. So ein bisschen wie Pummel-Party aber mit Sackboy. Das wäre doch geil. Na vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht erhört Sony uns ja. Ja, das soll es von mir auch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.